Willkommen zu Tacheles aus Breckerfeld. Was ist Anbetung? Wie geht Anbetung? Und was gehört dazu? Diese Fragen stellen sich viele Christen und ich bin so froh, dass die Bibel uns eine Menge Antworten dazu gibt. Reden wir mal Tacheles darüber. Tacheles reden bedeutet ja so viel wie völlig unverblümt die Meinung zu sagen. Und genau das sollten wir als Christen ja eigentlich zu jeder Zeit tun. Wir singen oft, dass Gott die Ehre verdient und wir ihn anbeten wollen und trotzdem tun sich einige Christen damit sehr, sehr schwer. Im Danken, im Bitten und auch der Fürbitte sind die meisten Christen sattelfest. Da fällt die Anbetung schon mal gerne hinten runter. Dabei motiviert uns die Bibel in Psalm 95, Vers 6 so stark anzubeten. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Komm, los, auf geht's, lass uns anbeten. Aber wie genau soll das denn gehen? Ganz einfach. Den Herrn anbeten meint zum Beispiel, seine Namen zu preisen. Die Vorzüge unseres Gottes kommen ja gerade in seinen unterschiedlichen Namen so ganz stark zur Geltung. Beten Sie doch ganz praktisch. Vater, ich preise dich, dass du der gute Hirte, der Schöpfer und der Herr, der Herrscharen bist. Ihnen werden ganz bestimmt noch viel, viel mehr Namen Gottes einfallen, wenn sie darüber mal nachdenken. Anbeten bedeutet auch, Lob zu formulieren, indem wir zum Beispiel beten, Ich lobe dich, Herr Jesus, dass du die Schmerzen am Kreuz für mich ausgehalten hast. Anbeten heißt unter anderem auch Ehre zu geben und Bewunderung zum Ausdruck zu bringen und seine Herrlichkeit zu beschreiben. Und ebenso auch die Inhalte des Wortes Gottes anzuerkennen ist Anbetung. Wann haben Sie und ich das letzte Mal gebetet, Jesus Christus, ich anerkenne, dass du der alleinige Weg in den Himmel bist? Oder Jesus Christus, ich anerkenne, dass du ein heiliges Leben von mir möchtest, was du in deinem irrtumslosen und unfehlbaren Wort der Bibel uns aufgezeigt hast. Worum geht es also bei der Anbetung? Gottes Namen zu preisen, ihn zu loben, ihm die Ehre zu geben, ihn zu bewundern, seine Herrlichkeit zu beschreiben und seine Prinzipien anzuerkennen? Reden wir also mal Tacheles. Ich frage Sie ganz unverblümt. Haben Sie heute schon Jesus Christus angebetet? Diese Frage müssen wir uns stellen, denn wir haben keine Zeit, um den heißen Brei herumzuregen. Bis zum nächsten Mal mit Tacheles aus Breckerfeld. Und bis dahin, na klar, seien Sie doch ein Segensleuchtturm. Maranatha, unser Herr, komm und bitte heute, Ihr Johannes Vogel.